Holy fucking shit, it's a dinosaur, Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking god, fucking dinosaur, holy shit, what the fuck? Ich hab kein Hobby. Hast du schon gedacht? Nein, Martin, hab ich nicht. Nicht, es ist ja nicht so, dass du immer warten musst, bis du rein kannst, weil ich hier erst in Silver hosten muss. Oh. Ich bin nicht bereit, der Polizist! Ich hab das höchste, komm, wenn ich heirate, einfach mal so rumschreien. Ich hau, liebe RTL. Ach, bitte quitte den Server und schreib mich nie wieder an. Was war denn das gestern auf Streife mit Kawhi auf hier? Mein Kawhi aus! Willst du mal die Seife aufheben? Das ist was anderes. Oh, jetzt ist der Leck schon fast weg. Viel besser. War ein Autosniper, nope. AUTOSNIPER! Okay, Tür kann man nicht bedienen. Oder benutzen. Oh, deine Mutter kann ich bedienen. Oh, 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 oh. A small round of a million dollars. Und wie geht das jetzt? Jetzt wird sie gerade gleich abgestochen. Jesus Christ! Oh, mein fucking Gott! Wir hatten gestern einen betrunkenen Typen. Der ist, der wohnt direkt gegenüber von uns. Also hier, wenn man aus der Tür rauskommt, aus der anderen Tür. Wir sind hochgegangen, kamen gerade von der Stadt wieder. Der, der hat uns bemerkt, ist aufgewacht, aufgesprungen, saß auf der Treppe. Und dann, oh, ich bin vor eingepennt. Der war kippevoll. Mama und ich sind reingegangen. Es hat dann circa, ohne Scheiß, zwei Stunden gedauert, bis er eine Etappentreppe hochgeschafft hat, um nach Hause zu kommen. Er hat wirklich zwei Stunden gebraucht. Oh, mein fucking Gott. Der war so voll. Man hat gehört, wie er immer wieder hingefallen ist, wie er gestillt hat. Wirklich, ja. Uff, die MLG. Oh. Okay. Mein erster Kill, nach sieben Runden. What the fuck. Ich dachte, du sagst jetzt schon, PewDiePie. Ich dachte schon, du wärst ein Terrorist, Alter. Ja, jetzt kommt der schwierige Teil. Bist du gut in jumpen, Rob? Kommt davon. Wenn du das nicht schaffst, überspringen wir das Gott. Weil das hab ich mit Martin auch nicht geschafft. Eigentlich kann man 500 leben. Oh, die Musik ist schön. Du kannst... Ich darfst du's. Keine Ahnung. Keine Ahnung, mach mal weiter. Das ist ziemlich gut. Martin hat das auch einmal geschafft. Mehr auch nicht. Wieso immer nicht, Alter? Jungs, ihr könnt das auch machen, ne? Ja, was du nicht sagst? Hehehe Erster, 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 erster Was war das? WTF Benadia Okay Martin, geh noch nicht rein Wow Nice, der Jump'n'Run, das wir hassen Wow Aaaaaaah Hehehe Oh Oh Das ist nicht geil, Alter Ich bin der König Devil Ohne Scheiße, das fühlt sich an wie Oblivion, oder, Skyrim? Irgendwie schon, oder? Ja Bait Opfer Ja, wenn da oben so ein Pfosten ist, nicht du da, Neil Jetzt habe ich richtig Lust, Skyrim zu spielen, Alter Also, man kann nicht auf den Steinen drauf, gut zu wissen Aber die ist da und behindert dich Keine Angst Dafür ist sie da Was? Hast du gerade wirklich drei Versuche gebraucht, um auf das niedrigste zu springen? Kein Druck machen, Gary, es ist nicht einfach Oh, ich wusste, dass es kommt, heizt mal mit Martin Warte Warte Ja Das ist geile Musik, ernsthaft? Du musst kämpfen, da sind Waffen Nein, hol dir die Waffen schnell Hi AP, Alter Du bist so'n fucking Lacker Dann komm, ob da irgendwelche Getränke sind Nein, du bist am Arsch Auf in den Tod Da springst du rechts Nein, spring rechts Nein, das ist immer unterschiedlich, Daniel Ja gut, jetzt springst du da links Um unterschiedlich Oh mein Gott, der schafft es auch Oh mein Gott, der schafft es auch Oh mein Gott, der schafft es auch Es ist so geil jetzt Skyrim, Skyrim, Skyrim Ich bin geboren, ich bin geboren, ich bin geboren Jooooooong, Alter Shit went from 0 to 360 very quick Oh, und dass man umher fliegt, ist nicht grad actionreich Okay Achso, wenn du joinst, geh mal ein anderer Tipp Ich lade mir gerade, I don't care, I don't excel runter WTF, ich hab jetzt schon 1638 mal das 2 gespielt Du kannst die Map wählen F, C oder T F, wir fick dich Danke Hey Ich komm wieder, erst mal so fick dich hören, geil Fury Road Ich weiß nicht, wie du die Map bist Ach Gott, ich hab was anderes gelesen Ich auch Ferry Ferry Road Sind wir hier in Afrika? Ja, so ungefähr Ja Ja, Jeremias, was machst du da? Wenn ich einmal eine Limousine nachhanden möchte, gibt's keine Wir nehmen das Teil aus Mad Max Oh yeah, Nigga Kann ich aussteuern? Warte, wo hast du die Waffen her? Gekauft Ach, man kann sich die kaufen, ne? WTF, was ist das? Ich weiß nicht, wer es war, aber der hat ziemlich viel Schaden gekriegt WTF, Mann Schon wieder Okay, fuck off WTF Äh, ja, Daniel, es ist voll unfair 2 gegen 1 Wir machen es schon selber fertig Er hat mich gesehen, aber dich nicht Versuch ich dich anzuschließen Nein! Nein! Ich weiß nicht, wer ich ein Faggot ist, was? Nein! Ach Yes! Das habt ihr alles Zeit überhaupt Habt ihr gut, Alter Glaubt ihr, dass man hier einen Entschärfungskip braucht? Nein! Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich wichtig Nein, ich brauche mal nicht Wieso redet jetzt Martin Wieso redet Daniel eigentlich die ganze Zeit, wo wir mal alleine sind? Mein Gott, Alter Oh mein Gott, ich dachte schon, Martin, Alter Dieser Keller ist so groß Ja, ich bin gerade im Keller Ich hab alles im Deck raus, oder hast du dich zur Pistin? Okay, jetzt im Keller, schnell zurück Boah, ich trinke jetzt was Boah, ich trinke jetzt was Boah, ich trinke jetzt was Oh mein Gott! Weg hier! Weg hier! Kommt her! Nein, nein, nein! Ich hab den Sack, ich weiß, wo ihr seid T-Sack, ich hab dran Nicht lustig T-Sack 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 M-Nein! M-N-Nein! Boah, jetzt ist das dreckig, was ihr macht T-Sack T-Sack Oh ne! Ach so man kann schwimmen Ach du Scheiße Ich seh euch Weg mal Martin Verteig ihn, verteig ihn Kirsti Bro Kirsti Bro Kirsti Bro Welche? Es gibt viele Ähm das andere Also nicht da wo wir uns drin waren Das ist da wo der Pool durch Der Der sitzt im Keller auf dem Kissen kaputt Mann Ach hey Jeremias Hey Was ist das? AHHHHH AHHHHH Und? Er hat aber einen Hit Ich lebe aber noch Ich weiß gar nicht wie ich Jost das machen Ah ja was Martin macht das war richtig egal Ja Traurig Surprise motherfucker AHHHHH AHHHHH Jaflita Haha Jeremias sind da Was ist das? Nee Oh nein Weiter geht nicht Weiter geht nicht hinter Martin AHHHHH Lappen Lappen Es reicht nicht bis da vorne Hat sich so ein Gericht By the way Martin ist ja auch auf dem Dach Hehehehe 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 AHHHHH AHHHHH Jeremias bist du ne Pussy Verdient Jube It was at this moment Jaxon knew He fucked up AHHHHH AHHH AHHH AHHHHH Deux Die-die-die-die-die-die-die-die Da, ich glaube, ich, war doch noch. Noch 170. Ja, genau. 170. Lassen wir es dabei. Ja, wo bin ich denn jetzt? orders Cocktail AA sustainability Wir wollen mit diesem Justin oder wer auch immer das 5-Mann-Lobby machen. Untertitelung des ZDF, 2020